So, es ist an den Schuhen. Wo ist es denn? Wahrscheinlich hat er uns das Wasser geklappt. Da würdest du zu denen schwimmen gehen. Die hassen das schon. Vielleicht trinken die ab und zu weiter. Ja, das ist ja das. Welchen Bruder, wie du meinst? Egal, so ein Tierwärter geht auch nicht.